Jenny, bald sind Osterferien. Hast du schon irgendetwas vor? Ja, wir gehen jedes Jahr an Ostern Skifahren. Ich freue mich total. Dieses Jahr fahren wir ins Allgäu. Wo ist das? Das ist an der Grenze zu Österreich. Ah, schön. Ich war da noch nie Skifahren. Das ist super schön. Man kann auf der deutschen Seite Skifahren und auf der österreichischen Seite. Das hört sich ja gut an. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal mit. Komm doch einfach mit. Jetzt? Ja klar, warum nicht? Ja, gerne. Super. Fährst du denn gut Ski? Ja, geht. Also in diesem Skigebiet gibt es blaue Pisten für Anfänger, rote Pisten für Fortgeschrittene und schwarze Pisten für Profis. Okay, mir passt alles. Cool, dann komm doch einfach mit. Ja, gerne. Danke. Jenny, bald sind Osterferien. Hast du schon irgendetwas vor? Ja, wir gehen jedes Jahr an Ostern Skifahren. Ich freue mich total. Dieses Jahr fahren wir ins Allgäu. Wo ist das? Das ist an der Grenze zu Österreich. Ah, schön. Ich war da noch nie Skifahren. Das ist super schön. Man kann auf der deutschen Seite Skifahren und auf der österreichischen Seite. Das hört sich ja gut an. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal mit. Komm doch einfach mit. Jetzt? Ja klar, warum nicht? Ja, gerne. Super. Fährst du denn gut Ski? Ja, geht. Also in diesem Skigebiet gibt es blaue Pisten für Anfänger, rote Pisten für Fortgeschrittene und schwarze Pisten für Profis. Okay, mir passt alles. Cool, dann komm doch einfach mit. Ja, gerne. Danke. Ciao.